Junge Menschen, die über keinen Abschluss nach der Pflichtschule verfügen, haben ein Risiko, dreimal öfter arbeitslos zu werden als jemand mit einem Abschluss. Aus diesem Grund gibt es das Ausbildungsgesetz, das Ausbildungspflichtgesetz für alle Personen bis zum 18. Lebensjahr. Das heißt, Jugendliche, die jetzt die Schulpflicht am 7. Juli beendet haben, müssen eine weiterführende Ausbildung absolvieren. Diese Ausbildung kann sein eine höhere Schule, eine Fachschule, kann aber natürlich auch eine Lehrausbildung sein, eine überbetriebliche Lehrausbildung und sollte man nichts finden, dann gibt es die Möglichkeit mit einem Perspektiven- und Betreuungsplan vom AMS und vom Sozialministeriumsservice gefördert zu werden. Sollten Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, rufen Sie uns bitte an, kommen Sie vorbei oder nutzen Sie die Informationen auf unserer Homepage. Willkommen, Fahrer und Gaga. Woinnen Sie die Universität der V кстати befinden Sie die vierten Treille.